Yo, moin Leute, genio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together, der Hedering Online mit dem lieben Klabarin Eisenbart. Hallo meine lieben Hobbits, Menschen, Elm und Zwerge und Dulo Splitterfell. Ja, wir machen weiter hier am Ramduath und hinter uns fliegt noch eben Nuglagon. Können wir den töten? Ich will den töten. Leider nicht, ich klicke ihn schon an, aber... Doch. Macht's aber Damage, lol. Können wir bestimmt, der ist Level 30 und ein seltener Elite. Ungültiges Ziel, wer ist das denn? Woher? Den sehe ich hier öfters hinfliegen, aber ich konnte noch nie angreifen. Ich habe keine Ahnung, wieso. Meinst du, der landet irgendwie? Weiß ich nicht, aber da jetzt hinterher zu rennen möchte ich gar nicht, weil das kostet uns viel zu viel Zeit, weil der fliegt jetzt immer noch. Ja, schade. Ja, ich habe den schon so oft hier gesehen, ne? Krass. Geiles Vieh, auf jeden Fall. Ist schon cool, wenn man sowas Interaktives dann doch in der Welt rumfliegen sieht, ne? Guck mal, da steht sogar Platin. Ja, Platin gehört zum Zustufe vom Zwergeneisen, oder nicht? Ja. Und das ist ein super geiles Edelmetall für die Goldspiele. Für ein Goldspiel. Kann man aber Weißgold draus machen, ne? Ne, Weißgold machst du auch aus Silber und Gold. Stimmt. Aber Platin gibt es halt auch relativ selten. Na genau, so wie Gold und so. Das ist eine Menge wert, ja. Aber ich benutze es für den eigenen Bedarf. Logisch. Um die Lager zu füllen. Boah, sechs Stück. Das war eine reichhaltige. Geil. Ja, schwere. Äh, mein ich ja. Ist das auch schwer? Ne, ist leicht. Ne, leider nicht. So, müssen wir denn jetzt da lang? Ja, hier sind weitere Würmer. Wir haben jetzt vor der Aufnahme gesagt, dass wir noch die Tat zu Ende machen. Mit dem Wurbelzwinger, weil dann haben wir die auch schon fertig. Ich hab fix bei Weißgold. Andere Würmer werden wir nicht treffen, ne? Richtig. Die sind die einzigsten hier hinten. Wo die massig an der Zahl sind. Dann macht das Sinn, dass wir die jetzt schon mitnehmen. Richtig. Wenn wir ja gesagt haben, wir wollen ja alle Taten machen und so, ne? Richtig, aber bisher läuft es eigentlich auch ganz gut mit den Taten, ja. Muss ich ehrlich sagen. Allgemein, ja. Also wir brauchen nicht allzu lange für die Taten. Das ist schon echt gut. Ja, ich auch. Noch mal schwere Zweige. Ich habe Flachsphase. Du könntest ruhig mal öfter sterben, dann kann ich wenigstens mal meine Taten hier weiter voranschreiten lassen. Na klar. Ich bin froh, dass ich bisher nur einmal gestorben bin. Boah. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo das war. Agama, oder? Ja. Ist jetzt auch schon wieder ewig, ja. Ist auch schon verjährt. Ist auch schon verjährt. Ist auch schon verjährt. Ist auch schon verjährt. Ha ha ha, verjährt war letztes Jahr und so. Ja. Weißt du noch damals, Tune? Dass du mich gezwungen hast, nach vorne zu laufen, um zu sterben. Ja. Ich wollte den Leuten nur zeigen, dass es mal eine Wiederbelebungste haben wird. Richtig. Jetzt habe ich die für ewig da im Book der Taten stehen und warum sie nie wieder raus sind. Ach, hier oben sind keine, hier ist eine Höhle. Da geht's nicht rein, schade. Naja, zurück. Genau. Äh, da. Oh, die restlichen bekommen wir denke ich mal auf den Weg. Auf den Rückweg, ja. Na gut, wir können jetzt noch hier runter gehen, aber... Ich glaube, das lohnt nicht. Weil ich glaube, da unten sind sowieso nur die ganzen Drachen. Mein Gott brennt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Musik ist ein Anmatz nicht, nice, bedrückende Stimmung, also was, Luft holen, Luft holen, die Tat, nicht schlecht, so, die Girachenkönigin ist auch wieder da, sollte ich auf jeden Fall dieses Jahr schaffen, was, Luft holen, wäre gut, ne, nicht schlecht... auch noch holidays, weiss aus der ganzen你就. 10 ... So. Da müssten ja jetzt wieder reichlich welche sein. Oh ja da, tatsächlich kein jünger krach mehr, sondern alter, erwachsener oder wie man will. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ich laufe wieder links lang. Oh ja. 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 Ich glaube, das ist ja doof. Ja, hiten ist aufjedenfall kein Wurm. Was ist das cool, dass er gegen die Sonne fliegt So Geblockt Den nehm ich womit Ich muss sie ja nicht hinterm Baum verstecken, es gibt ja nichts mehr Pulver Pulver 可以 Oh, ja. Ah, ich weiß nicht, ob das noch reicht. Nee, ich glaub, da müssen wir noch mal kurz zurück einmal. Alles klar, dann brauchen wir jetzt noch... 16. Aber da können wir ja gleich die Marksteinfähigkeit einfach noch, ist ja, die wir nutzen. Können wir mal machen. Und dann ist die Tag durch. Ich glaube, das ist so... 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 Moin. Moin. Dann gehts ab zurück. Zehn Punkte erhalten, yay! Gibt besser als nichts. Die werden alle wieder investiert in Lagerräume. Wahrscheinlich, ja. So, dann ab nach Mithin dir. Alle bei ihm, okay. Könnte ich eigentlich mal gucken, wie ich mittlerweile habe. Ich habe ja keine weiteren ausgegeben. Ich wollte ja sparen. Mhm. Knapp 1,4. Das geht. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. So, Mithin hier. Bergmenschen des Nordens Da der Gürmer Die Schuppen der erdgebundenen Feinde Und Lederspiegel der Drachen Oh ne Was benötigt ihr? Ich grüße euch Ja das zwei Händen schon sind ja kacke Wir reiten nochmal kurz zurück Einfach nur um zu gucken was Ob noch was ist Ob noch was offen ist Willst du dann kurz zur Erze bereiten Ob da noch was offen ist? Ja kann ich machen Weil dann können wir gleich direkt durchreiten Nach Todin Ja Ist hier noch ne Aufgabe? Erze hat noch ne Aufgabe Hast du noch ein Horn der Zusammenkunft? Oder so? Ne Okay dann komme ich zu dir Ich habe nur die Schrift der Verfolgung Okay ne dann ist es guter Weil ein Esteldin ist nichts mehr Okay Sonst hätte ich dir jetzt meinen Horn der Zusammenkunft kurz geschickt Aber es ist am Konto gebunden Aha Oder sonst kannst du die Aufgabe doch mit mir teilen oder nicht? Klar ich kann ja Oder wie viele sind das denn? Ist nur eine Und zwar Ist das auch eine für Level 35 Ich weiß nicht Und wo schickt die uns hin? Äh Bringt Äh Ihr wahres Kräutertasche zu Quartiermeister Orgring Und der ist in? Ich schau mal eben Drücke ich in Ästeldin wahrscheinlich oder? Autrika Autrika? Ja Ja Dann bleib da stehen Dann reite ich dir entgegen Gut nach Autrika können wir auch noch so reiten Nicht das Problem Und dann reiten wir jetzt erstmal nach Daldin Warte noch kurz Dann kannst du mir kurz die Aufgabe teilen Oder funktioniert nicht Ah doch Okay Die Besiegelung des Pakts Ah ja okay Alles klar Ja das können wir ja noch machen Ja dann haben wir das schon mal So ja Also äh Nächster Halt Daldin 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 Gefährlichste Gebiet von den Nordhönen Nebenvornost Die Instanzen Richtig Ja ist ein schönes Gebiet hier Sollte man nicht alleine reingehen Gegebenenfalls Das ist wahr Aber das war die einzigste Aufgabe Mit äh Bei der Erzsippe Ja Okay gut Oh Ruf To ins Halle Ja geil Dann werde ich doch fertig Nice Kante habe ich dann völlig Endlich Müsse mal noch zwei Sachen entdecken Ja bekannte habe ich dann auch fertig In 10 Jahren 100 Rufpunkte Gut dann steigen wir mal ab Auf jeden Fall Auf jeden Fall Das wird auch wieder so etwas düsterisch Aber nicht so düster wie da hinten bei den Bergmenschen Stimmt aber es ist halt so gedimmt so alles Ah Das brauchen wir auch für die Abzeichen Wo will der hin? Na Petzen gehen Geht aber so nicht So geht das nicht Oh Na Was jetzt Weg mit dir Oh Warte Hat er dich gestunt? Ja Ich bin gefressen So Zum Dienst gezwungen haben wir schon mal fertig Wir brauchen auch Ongboots-Abzeiten Halt Durchbruch durch die Frontlinien, die zwingt Nutt-Kamm, das ist dieser Boss-Bilbiss, der hier immer eigentlich rumrennt, Ombuds-Schlitzer, au, da ist er, genau, zack, und durch aufgehacken, so sieht's aus, da unten sind noch Ombuds, ja, brauchen wir auch noch, stimmt, also hier bekommen wir viel, weil wir noch brauchen, Bildes und Ware, das ist optimal, oh, pass auf, der ist Natur, der hier, ist tot, siehste, so, ok, kann man sich hier an die Trommel stellen, schau, die brauchen wir nicht, ich glaub, der hat keins für uns, egal, wir brauchen ja noch, hier oben, schon wieder, seltene Elite, lol, Malglock, Stufe 39, hey, pass nicht, jede Folge ein seltene Elite, sehr gut, ist wirklich so, gerade, schon wenn schon, so, vorhin war das seltene Elite, glaub ich, das war jetzt seltene Signatur, echt, oh, scheine, egal, Hauptsache ein Splitter, so sieht's aus, so, Ruf für Norton, optimal, Ruf Norton, so, 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 kurz mal sortiert, Adlerauge, die brauchen wir, glaub ich, nicht, ne, aber hier auf der Seite müsste schon der erste Boss sein, von den Hauptleuten, von den Hauptleuten, kann sein, ja, Torgeil, da ist er, oh, Torgeil, weee, warte mal, hier bist du, er ist schon da drin, schön über der Brücke, so, einfach mal rein, da, wa, alles klar, Ach, Elite, hin oder her, ja, ihr werdet sterben, da, 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 Waren wir jetzt hintereinander pariert. Kann ich besser laufen. Vielleicht sollte ich doch ein Schild anziehen. Ja, vor allem für Doldeen, das würde ich auch sagen. Jetzt gleich hier hinten in der Trolle kommen und so. Und sobald wir auch in die Festung reingehen, gehe ich auch auf Heilung. Warte, dann switche ich eben. Ich habe geswitcht. Sehr gut. Ich esse mir auch mal was. Ja. Ich habe noch Rie. Rie? Ja. Den Kugelgräber. Achso, den Käse. Ich habe glaube ich auch noch einen Bus irgendwo. Hier unten. Gucken. Ja, da läuft er. Hauptmann Dombri. So, Shimbata war glaube ich ein bisschen weiter hinten. Genau. Dann müssen wir in die Richtung. Huch. Ja. Hab ich gesehen den Typen. Ja auch nicht. Wargmeister. Besiegte Rauchzock. Ja. Und noch einen Bus. Hast du die Aufgabe auch bekommen, ja ne? Der müsste irgendwo hinter uns sein, aber da können wir uns ja immer noch später kümmern. Ja. Mein Gott, wo bekommen wir denn jetzt hier alle noch eh? attempting weinträckte Rauchzockaon. Okay. 16 Stück. Wie sie. vorne schon der erste signature ist ja nichts so wie ein haarlok gewesen doch sie die sind auch die natur ne früher waren die auch elite ach so ach so ja ja ich weiß nicht also dafür braucht man keine gefährten kuppert kann man auch alleine schaffen nicht mehr weil ich würde sagen hat jeder klasse die würde ich jetzt nicht zwangsläufig doch also wenn du dann zum floraus oder ein adler aber der zum floraus hat der der am meisten damage macht von einem gleitern ja das ist wirklich abnormal also das was ich weiß kaputt machen sammeln trebuchet hebelarme katapult zahnräder und ballistenverschlüsse ja ok also machen wir sie quasi kaputt damit sie nicht mehr auf sich bewegen können richtig komm her, lass mich an du hast ihn falsch unterworfen das ist ein rolle ma hab ich mir auch gedacht woher bist du denn macht der aus dem film der dicke mit seinem schmerz nicht ne volle haben wir ja schon fast wir haben schon die hälfte ja au ne das ist ein belagerungsmeister Ah hier ist ne Balliste Und ist noch ne Trebuchet und ne Quest Joach es ist ja Blutberge, hast du die auch bekommen oder? Ja Sehr gut Ist das ne wiederholbare, bitte nicht Nein, gut, ok Kämpfer, Menschenbezwinger und Schlachtenmeister Was ist das? Okay Fuck Aufgehalten So Schlachtenmeister Ich geh einfach schon mal auf den Schlachten Ich geh einfach schon mal auf den Schlachten Ich geh schon mal weg Ich geh schon mal weg So So Dann gucken wir jetzt noch mal ganz kurz nach dem Nach dem einem Hauptmann noch kurz Ich hab auch gedacht Wort Füße So Sehr gut Ein Berserker So So Ich glaub der war da ist er wieder eine Aufgabe weniger gut wie ich sagen machen wir einen Cut Das Das still machen wir dann nächstes Mal weiter Ich hab meine Klamotten noch in der Halt Nun dann liebe Freunde, wir hoffe euch hat dieser Cut gefallen, wenn ja dann lasst es uns in den Kommentaren wissen Feedback wäre schön von mir, haut da rein Ciao Leute Euer Geno Von mir auch machts gut Euer Steinchen Tschimm Ach jetzt hab ich das Schwert weggelassen